Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind aufgestiegen und scheitern nicht an Hamburg. Was ja ganz schön ist. Das Ding ist, wir haben nicht die absolute Bestbesetzung. Allerdings ist das auch an sich nicht so schlimm. Weil wir halt nur noch gegen Frankfurt spielen. Wenn wir jetzt irgendwie gegen, keine Ahnung, Lautern spielen würden oder gegen Leipzig. Gut, aber wir spielen dann nun mal gegen Frankfurt. Und die sind respektive nicht so geil im FIFA. Aber unrealistisch sowieso nicht. Von daher relativ easy. Iheanacho ist wieder fit. Der darf also wieder mit von der Partie sein. Steht direkt mal im Kader. Ich glaube sogar, ich packe ihn in die Startelf. Ich bin mir gar nicht sicher. Close auf die 10 oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt Iheanacho, unser Nigerianer in die Startelf. Genau erfahrener geht auf die 10, Mast auf links. So werden wir spielen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen uns gleich wieder. Arminia Bielefeld zu Gast beim FSV Frankfurt 1899. Die DSC, die Arminen haben den Aufstieg so gut wie in der Tasche. Heute geht es um die Formalität, das Ganze nochmal klar zu machen. Und genau das ist natürlich das Ziel von MGT und seiner Mannschaft, die Ostwestfalen. Mit vielen mitgereisten Fans nach Frankfurt gekommen. Und wir sehen auf der Tabelle momentan 10 Punkte Vorsprung. Und das bei für Bielefeld zumindest noch 5 bleibenden Spielen. Wenn sie jetzt gewinnen, haben sie 13 Punkte Vorsprung. Das durch 4 geht nicht mehr geteilt. Zumindest nicht in 3 aufteilbar, beziehungsweise mehr als 3. Dementsprechend hätten sie die Relegation, beziehungsweise während der Relegation ausgewichen. Und hätten den direkt Aufstieg geschafft. 14 Gegentore bisher. Genau das ist das Geheimnis der Arminia. Der bisherige 2. Bundesliga-Rekord vom 1. FC Köln aus der Saison 2013-2014. Waren 20 Gegentore. Momentan sieht es so, als ob die Arminia den unterbieten sollte. Frankfurt mit weißem Tor davor. Huber, Guganik, Umari, Bittrov, Kroska, Perdidae. Natürlich noch zusammen mit Engels, Haissavi, Schahin und Dedic in der Sturmspitze. Der ehemalige Bochumer, der ehemalige Mainzer. Die ehemaligen Bundesliga-Stürmer spielten da vorne zusammen drin. Und sollten dafür sorgen, dass Bielefeld eventuell den Rekord doch nicht bekommt. Auf der anderen Seite war Kelechi Ihehanaccio zurück in die Startelf gekehrt. Und durfte neben Melvin Lorenzen anfangen. Ansonsten keine großen Überraschungen. Der verleppte Gold war nämlich von der Partie. Dafür spielte Afane auf der C. Wir springen rein in die erste Szene der Partie. Das ist Ihehanaccio mit Lorenzen im Zusammenspiel. Und der Ball auf Dennis Mast, der mit der Flanke. Und der Nigerianer versucht gerade mal mit dem Kopfball. Ja, da waren gerade mal drei Minuten gespielt. Das war noch nicht gefährlich. Aber es zeigte, dass die Arminia sie nicht versteckt. Und dass sie tatsächlich diese drei Punkte wollte, um den Aufstieg zu sichern. Der Ball auf Lorenzen gespielt von Afane. 18 Minuten durch. 1 zu 0. Die Entscheidung, Fragezeichen. Wir werden es im Laufe der Partie noch feststellen. Der Deutsche Engländer endlich mal wieder mit einer Bude. 13. Saisontor für Melvin Lorenzen. Der ehemalige Bremer macht hier das Ganze eiskalt Erfahren in der Schweden mit einer super Vorlage. Davor die gute Balleroberung im Mittelfeld. Und dann ist er einfach zu schnell für die Defensive der Frankfurter. Einmal durchgesteckt. Gute Ballmitnahme von Lorenzen. Und der Abschluss ist dann trocken. Keine Chance, diesen Ball irgendwie zu halten. Dementsprechend 1 zu 0. Frankfurt versuchte zurückzukommen. Allerdings funktionierte das nicht so wirklich. Das ist hier mal ab Engels mit der Flanke auf Slatko Dedic am zweiten Pfosten. Den hätte man durchaus mal machen können. Aber so wird das erstmal nicht. So bleibt es beim 0 zu 1. Ging weiter mit der Arminia. Das ist Schuppan auf Tim Diersen. Und der hat die Idee nochmal zurückzuspielen auf Dick. Die spielen allgemein wie eine Handballmannschaft in den Strafraum rum. Selten rein. Und wenn sie dann reinkamen, dann war es meistens gefährlich. Hier die Flanke allerdings abgewehrt. Der Ball kommt nochmal zu Iheanacho. Der setzt sich dann da durch und wird gefoult an der 16er Kante. Es gibt den Freistoß vollkommen zu Recht in der 36. Minute. Und das ist eine super Position für den Linksfuß. Das ist eine super Position für den Freistoßspezialisten. Amina Fahne gerade schon gesehen die Vorlage des Schweden. Dieses Mal macht er selber. Macht er es direkt und macht das 2 zu 0. 37. Minute. Das ist die Entscheidung. Amina Bielefeld ist aufgestiegen in die Fußball-Bundesliga. 2 zu 0 werden die sich mit der Defensive niemals nehmen lassen. Die Fans wussten das zu diesem Zeitpunkt. Und wir wissen es jetzt auch. Amina Bielefeld ist Bundesligist. Und das, nachdem sie erst aus der dritten Liga in die zweite aufgestiegen war. Und jetzt waren sie natürlich gut gelaunt. Spielten weiter nach vorne. Florian Dirk Frankfurt ließ sich überrennen. Das ist Iheanacho gerade von Verletzung zurückgekehrt. Scheitert hier allerdings am gut reagierenden gegnerischen Torwart. Und dementsprechend weiterhin 0 zu 2. Trotzdem war es eindeutig, dass Yamina hier das Heft in der Hand hatte. Die war das deutlich überlegende Team. In der zweiten Halbzeit wurde es besser Iheanacho. Und dann fällt er hier im Zweikampf hin. Weiß hat den Ball. Spielt ihn nach vorne. Der Abstoß wird dann aber abgefiffen. Denn Iheanacho bleibt verletzt am Boden. Liegender Nigerianer musste ausgewechselt werden. Klos haben für ihn in die Partie. Er wird allerdings nicht so lange ausfallen. Wenn Frankfurt nach vorne kam, sah das ungefähr so aus. Relativ ungefährlich. Und die Yamina wusste zu kontern. Das ist Afane mit dem Ball auf den eingewechselten Fabian Klos. Ehemaliger Kapitän setzt sich hier erstmal durch gegen Guganik. Dann kommt noch Huber dazu. Auch der wird stehen gelassen. Der war auf Tim Diersen. Und der mit dem Pass allerdings das Ganze abgefangen. Und dementsprechend war das Spiel blätterte die Partie so ein bisschen vor sich hin. Dedic ging dann raus. Edmund Kablanik kam in die Partie. Allerdings brauchte das nicht wirklich was. Oder einfach doch. Wir sagen es mal so. Frankfurt versuchte plötzlich mehr. Sie kamen besser nach vorne. Und sie hatten tatsächlich ihre erste richtige Torchance. Vorher hätte Bielefelder war alles klar machen können. Der Ball auf Tim Diersen in der 79. Minute. Und der ehemalige Anuferaner mit dem Schussversuch. Aber wieder eine gute Parade von André Weiß, der seine Mannschaft hier in gewisser Weise noch im Spiel hält. Die Flaggen kommt dann nochmal in die Mitte. Aber Lorenzen kommt nicht an den Kopfball ran. Wieder ist Weiß da. Fällt dann auch hin. Unglücklich durch den Deutsch-Engländer. Allerdings natürlich kein Foul. Nicht abgefiffen. Es ging weiter auf die anderen Seite. Wie gesagt, Kablani eingewechselt. Und sie versuchten es mit Kablani. Der verzieht aber. Das war die erste vernünftige Chance der Frankfurter in der 87. Minute. Das zeigt, wie die Partie aufgebaut war. Dann mal Umari mit dem Ball auf Engels. Und dann nochmal Umari frei vorm Tor. Und er verzieht ebenfalls mit links. Ja, knapp am Pfosten vorbei. Hesel muss nicht eingreifen. Dann nochmal eine Konterschance für Derminia. Ja, das ist Christopher Nöte in der 90. Minute. Geht alleine aufs Tor zu. Macht er das 3 zu 0. Macht er die Entscheidung. Die ist längst gefallen. Es stand nämlich schon 2 zu 0. Und das war die dritte Minute in der Nachspielzeit. Und die letzte Aktion der Partie. Die Derminia ist aufgestiegen in die erste Fußball-Bundesliga. Und das direkt ohne Relegation in den letzten beiden Jahren. Ja, der Zweitligist gescheiter war. Beziehungsweise bisher fast immer der Zweitligist gescheiter ist. Da müssen sie nicht rein. Sie marschieren direkt durch. Und das vor allem wegen der besten Defensive der Liga, die auch heute wieder perfekt gestanden hatte. Null Gegentore in dieser Partie. Null Gegentore. Nicht insgesamt, aber nur 14 bis zu diesem Zeitpunkt. Und es sieht so, als ob sie den Rekord vom 1. FC Köln brechen sollten. Frankfurt hingegen, weil bei der gesamte Spielzeit zu Tor ungefährlich erst am Ende gab es mal zwei Chancen. Aber das reicht nun mal nicht gegen den neun Erstligisten. Amina Bielefeld, die 2 zu 0 gewinnen. So, Freunde. Wir sind aufgestiegen. Wir sind in der ersten Bundesliga. Das ist doch mal wunderschön. Und jetzt haben wir in der nächsten Partie doch durchaus noch die Chance, die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga klar zu machen. Und das wollen wir natürlich erreichen. Erstmal, wenn es euch gefallen hat, dieses erste Spiel. Wenn ihr euch freut, dass wir aufgestiegen sind mit der Arminia, lasst einen Daumen nach oben. Da ihr wisst, wie ich mich darüber freue. Und ihr wisst, dass die Arminia das verdient hat, beziehungsweise unsere Spieler natürlich auch. Wir trainieren unsere Mannschaft. Tim Diersen mit einem A. Ansonsten ja durchschnittliche Ergebnisse. Burner mit einem enttäuschenden D. Dafür hat Florian Dicken. B erreicht also gar nicht mal so schlecht. Wir spielen gegen Paderborn. Das ist nochmal ein Top-Spiel. Denn das ist der Tabellendritte. Und dementsprechend der Verein, den wir gerade komplett abgehängt haben. Die können uns nicht mehr überholen. Aber sie können uns so ein bisschen die Show vermiesen. Beziehungsweise die Party vermiesen. Denn wenn wir nicht gewinnen. Beziehungsweise wenn sie uns besiegen. Dann sind wir noch nicht durch als Meister. Natürlich haben wir noch drei Spiele, das klar zu machen. Aber trotzdem, je früher, desto schöner. Und je weniger Gegentore, desto besser. Denn so bleiben wir natürlich im Idealfall, Freunde. Im Idealfall. Weil das Tor, der wenigste Gegentorteam. Kann man das so sagen? Der 2. Liga aller Zeiten. Ist doch schon mal ganz nice. Köln war damals ja gerade durch diese Defensive extrem stark. Und bei uns war es ja genau das Geheimrezept. Wir haben teilweise auch offensiv gar nicht so gut gespielt. Das habt ihr ja auch gesehen in den letzten Episoden. Gerade da hat es ab und zu mal ein bisschen gehabert an der Kreativität. Aber im Endeffekt reicht es dann nun mal einfach. Weil wir, naja, mit unserer Defensive so gut stehen. Und dann im Endeffekt Melvin Lorenzen haben, der 13. Sanktore hat. Nian Natscho haben, der jetzt bereits, glaube ich, 2 hat. Nach seinem Wechsel, obwohl er verletzt war. Und jetzt wieder angeschlagen ist. Wir haben jetzt nur noch einen Klos, der ab und zu mal getroffen hat. Einen Nöte, einen Rheingold, natürlich einen Bad Finne, einen Amina Fahne. Einen Tim Diersen. Also wir haben wirklich extrem torgefährliche Spieler. Allgemein die ganze Startelf eigentlich. Sogar die Defensive theoretisch mit Dick als Standardspezialist. Mit Christensen als Kopfballspieler. Mit Schuppern, der den Longshot gemacht hat. Burn hat auch 2 Tore gemacht. Das läuft richtig gut. Ich würde sagen, wir gehen ins nächste Spiel. Das ist gegen den SC Paderborn. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns gleich wieder. Und eventuell mit der absoluten Aufstiegsparty. Ja, wird auch schön. Bis gleich. Arminia Bielefeld empfing als erster frisch gebackener Aufsteiger den SC Paderborn um 20.30 Uhr am Montag zum Topspiel der 2. Bundesliga. Das letzte Topspiel eventuell für die Arminia. Denn sie hatten unter der Woche, beziehungsweise nicht unter der Woche, sondern letzte Woche gegen Frankfurt in Frankfurt den Aufstieg klar gemacht. Sie können nicht mehr auf den Relegationsplatz zurückfallen. Auf dem steht momentan Paderborn. Die können noch theoretisch überholt werden, wenn sie aber heute gewinnen. Sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Drei Spieltage vor Schluss, beziehungsweise für Paderborn halt noch vier. Dass sie nicht mehr von Kasselslautern überholt werden können. Wir werden sehen, wie sich die Männer in Rot und Gelb unter der Leitung von Stefan Effenberg präsentieren werden. Wir gucken uns zunächst einmal Bielefelds Aufstellung an, beziehungsweise den Top-Torschützen der 2. Bundesliga. Melvin Lorenzen. 14 Saisontore vor. Simon Terrode und Czollak, die beide Elf haben. Das heißt, auch diese Kanone sollte im Idealfall, beziehungsweise dieser Preis sollte im Idealfall nach Bielefeld gehen. 14 Saisontore ist eine ganz große Leistung. Wenn man bedenkt, dass die 14 Gegentore kassiert haben, ist das noch krasser. Saisontore vor Dick Sundberg, Börner und Burmeister Christensen. Normalerweise Innenverteidiger spielte heute auf der 6. Schubbern war nicht dabei, deswegen spielte Burmeister links. Sundberg rückte in Innenverteidigung. Diersen war auch nicht dabei, dementsprechend spielte Christensen auf der 6. Vorhin hatte sich nicht viel geändert, abgesehen davon, dass natürlich Iker Natsch noch seiner kleinen Verletzung aus dem Spiel gegen Frankfurt ausfiel. Dafür stand Christopher Nöth in der Start. Auf der anderen Seite Lukas Kruse in der Verteidigung. Heinloth, Hoheneder, Raffa und Harderz auf der 6. Backerloth und Kirch davor. Stoppelkamp, Stolperkamp, Kevin Stöger, Süleyman Kocz und Mahir Salik als alleinige Spitze vorne drin. Wolfgang Esel, der beste Torwart der 2. Liga-Historie bis zu diesem Zeitpunkt. Er wollte natürlich heute auch wieder beweisen, warum er das war und er sollte die Chance bekommen. Steffen Schwurbel, der Schiedsrichter der Partie, pfifft das Ganze dann an. Und die Arminia legte richtig gut los in dieser Partie. Sie hatten die erste Gelegenheit und zwar nach gerade mal 13 Minuten. Das ist Dennis Mast mit der Flanke in die Mitte und da steht Amina Fahne. Der Ball geht übers Tor, aber der Schwede war ohnehin im Abseitsziemen entsprechend das Tor nicht gezählt, wenn es eins gewesen wäre. Auf der anderen Seite kam dann erstmals Paderborn nach vorne. Das ist Süleyman Kocz, der setzt sich da klasse. Durch schöner Schussversucher, Hesel fliegt vergebens. An den Ball muss er nicht ran, wäre wohl noch nicht rangekommen, aber der Türke verfehlt sein Ziel. Trotzdem war Paderborn eine sehr gute Auswärtsmannschaft, spielte stark nach vorne und hier musste Hesel eingreifen. Die Flanke war sehr, sehr gefährlich, nah ans Tor rangezogen. Und dementsprechend muss der Keeper der Arminia diesen Ball zur Ecke abwehren. Die wird reingebracht, ebenfalls wieder von Süleyman Kocz. Allerdings ein bisschen zu flach und dementsprechend kein Problem für die Defensive von Arminia Bielefeld, die das locker klärt. Der Konter, der kam dann zwar zustande, allerdings wurde daraus nicht wirklich was. Wie man hier sehen kann, böses Foul im Mittelfeld gab nicht mal die gelbe Karte, trotz der taktischen Natur des Fouls. Es blieb beim 0 zu 0 und bei keiner gelben Karte auf dem Platz. Es ging dann aber weiter mit der Arminia. Schöner Bein nach vorne von Dick auf Melvin Lorenzen. Der Stürmer setzt sich außen durch und denkt, die Flanke einfach mal in die Mitte war, aber ein bisschen zu unpräzise. Und das war mal wieder das Problem der Arminia. Normalerweise nicht das riesige Problem, aber teilweise ist es einfach so, dass sie nicht präzise genug spielen. Dann kam allerdings, beziehungsweise dann, ging es plötzlich ganz schnell. Wir haben gesehen, die Ecke abgefangen von Hesel. Der Ball nach vorne auf Melvin Lorenzen. Und der ist schneller als Rafa und der ist schneller als die meisten Spieler der zweiten Bundesliga. Nöte in der Mitte, komplett frei, komplett alleine gelassen. Niemand mitgegangen, 1 zu 0. 45. Spielminute, die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und die Arminia führt mal wieder. Und das natürlich nicht unverdient, aber doch relativ überraschend. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie nicht wirklich Chancen, die besseren Chancen auf Seiten von Paderborn. Und die werden eiskalt ausgekontert. Klasse gemacht von Lorenzen. Behält die Übersicht. Und im Endeffekt ist Nöte einfach alleine, weil sein Mitspieler Baccarloz nicht mitgeht. Und dann hat natürlich auch Lukas Kruse keine Chance mehr. 1 zu 0 für Herminia Bielefeld. Und er sieht so aus, ob sie die Zweite-Liga-Meisterschaft klar machen würden. Zweite Halbzeit, sie waren beflügelt. Lorenzen versucht es hier. Der Schussversuch aber eher kläglich. Dementsprechend weiterhin 0 zu 1 aus Sicht von Paderborn. Sie blieben also dran. Sie hätten die Möglichkeit, den Ausgleich zu machen. Aber wann trifft man schon mal gegen Bielefeld? Wenn, dann treffen die eher Christopher Nöte. Kriegt den Ball nochmal. Flankt auf den zweiten Pfosten. Aber da kommt niemand so wirklich ran. Und im Endeffekt ist Kruse da. Da sieht man wieder, die Präzision war wirklich nur eine Situation da. Sie versuchten es aber immerhin. Nach vorne, während Paderborn die Angriffsbewegung mehr oder weniger einstellte. Beziehungsweise nicht mehr nach vorne kam. Schöner Versuch da nochmal. Ja, von Amina Fahnen. Allerdings geht er bald über den Kasten. Andere Seite eine Flanke in die Mitte. Die Hesel abfängt. Das waren so die Highlights der Partie. Es passierte nicht wirklich viel. Nochmal ein langer Abwurf von Hesel. Nöte. Und dann der Ball auf Bart Finne. Bart Finne allein auf weiter Flur. 81. Minute. Macht er alles klar. Macht er die Entscheidung? Er macht sie nicht. Denn das Spiel zu uneigennützig. Er hätte selber schießen sollen. Wollte querlegen auf Melvin Lorenzen. Das 15. Saisontag ermöglichen. So blieb es beim 0-0. Und Paderborn kam nochmal nach vorne. Und zwar nochmal relativ gefährlich. Hesel mit dem Fehler allerdings dann abgewehrt. Und im Endeffekt geklärt von der Bielefelder Defensive. Und das ist das Outrängeschild der 2. Liga momentan. Denn das ermöglicht Aminia den Ligatitel in der 2. Bundesliga. Sie sind der Meister. Und sie sind durchmarschiert. Von der 3. in die 1. Liga. Nicht nur als direkter Aufsteiger. Nein. Sondern sogar als 1. Platz kann in den letzten 3 Spielen nicht mehr genommen werden. Weder vom SC Paderborn, dem heutigen Gegner, noch vom Tabellenzweiten. Christoph van Hütte, der Man of the Match. Mit seinem Treffer hat er alles ermöglicht heute. Und dementsprechend waren die Fans zufrieden. MGT zufrieden. Und Christoph van Hütte konnte sich lügig schätzen, dass er seinen Startup-Einsatz genutzt hat. Bielefeld gewinnen 1 zu 0 gegen den SC Paderborn. Juhu. Wir sind Ligameister. Ist das nicht geil? Wir sind durchmarschiert von der 3. Liga in die 1. Liga. Und das sogar als Meister. Darmstadt war, glaube ich, 2. der letzte Saison. Nachdem wir waren 1. Ingolstadt war, glaube ich, 1. Darmstadt war 2. Und 3. war, naja, Karlsruhe. Die es aber nicht geschafft haben in der Relegation gegen Hamburg. Wir brauchen nicht in der Relegation. Wir sind das neue Ingolstadt. Wir sind nämlich der neue Meister. Juhu. Wir sind quasi auch das neue Darmstadt, weil Darmstadt ja auch durchmarschiert ist. Aber das ist gar nicht so wichtig. Denn im Endeffekt zählt nur, dass wir aufgestiegen sind. Wir spielen ja nächstes Mal die nochmal gegen Kaiserslautern. Diese momentanen Rebellenviertel. Das heißt, es könnte nochmal eng werden. Düsseldorf ist übrigens noch nicht ganz durch. Das ist dann noch relativ eng. Sogar Braunschweig. Entschuldigung. Kann ich nicht aussprechen. Selbst die hätten noch Chancen, ja, aufzusteigen. Ob sie es machen, sehen wir in den nächsten Episoden. Ich hoffe, euch heute gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da für den Aufstieg, für den Ligatitel der 2. Bundesliga. Wie ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und zum nächsten Mal. Ciao. Rein und zum nächsten Mal. Ciao. Rein und zum nächsten Mal.